ich habe mir hier mal so ein italien chestnut tart geholt das habe ich gedacht nur süß aber dann wird das richtig lecker das kastanie glaube ich schon unten ist wie so ein kuchen ist ja gemacht aber braun ist drauf oben das ist ja so ein kastanienkuchen gibt es so italienisch kastanienkuchen muss mal im internet nachgucken dann haben die hier ein eis von gemacht